Was gerade passiert ist, Coronel ist zu schnell und steigt wirklich im zweiten Stock auf über das Auto des Belgiers Tim Verbaucht. Und der wiederum wird dann von seinem eigenen Teamkollegen noch touchiert. Das sind die beiden Autos, die jetzt auf dem Asphalt stehen. Und Coronel hat eine Menge Glück gehabt, dass er da nicht übers Dach abgegangen ist. Eine der spektakulärsten Formel 3 Szenen der letzten Jahre. Und dieses Auto ist wirklich arg gebeutelt, denn so hoch in der Luft war es am Freitag schon einmal. Da wird er aufgefangen und abgefegt.